Hi, ich bin Alissa und bin Interior Designerin im West Wing Studio. Mein Look ist inspiriert vom Malibu Beach Style. Meine Highlights sind definitiv das Bett, das auf dem erhöhten Podest aus Plexiglas steht, das zusätzlich noch unterleuchtet ist mit LED-Leuchten. Außerdem ist natürlich auch die gläserne Wand ein absoluter Hingucker, der den ganzen Raum nochmal in ein schönes rosa Licht taucht. In einer Einzimmerwohnung braucht man natürlich auch eine Küche. Die ist hier aus dem silbernen Chrom auch ein absolutes Highlight und bringt nochmal was bisschen Kühleres in die Wohnung mit rein.